Ich grüße Sie ganz herzlich zum Wetterupdate. Das war ein ganz schön schmuddeliger Start in den Dezember, zumindest im Nordosten und Osten, wie zum Beispiel auch hier in Dresden. Es gab stürmischen Wind, Regen und Schnee und der Schnee sorgte für Chaos. Im Erzgebirge, es gab einige Unfälle in Folge von glatten Straßen. Und hier bleibt es glatt, hier schneit es nämlich noch weiter. Da kommen in den nächsten 24 Stunden noch mal ein paar Zentimeter dazu. Auch weiter im Süden, im Oberpfälzerwald und im Bayerischen Wald schneit es in der Nacht gelegentlich und auch sonst fällt zeitweise Regen und das Regenband, das verlagert sich allmählich in den Südwesten dahinter. Da lockern die Wolken auf und auch vor dem Regenband ist es noch trocken und teilweise aufgelockert. Im Südwesten wird es dabei frostig kalt mit minus vier Grad, sonst bleibt es frostfrei, obwohl es hier im Nordosten aufklart. Das haben wir dem stürmischen Wind zu verdanken. Der weht hier nämlich immer noch sehr, sehr kräftig. In Böen eben auch stürmisch. Im Erzgebirge drohen Schneeverwehungen. Tagsüber lässt der Wind nach. Auch die Regenfälle verdünnisieren sich allmählich. Sie verlagern sich noch ein bisschen weiter nach Südwesten. Dabei bleibt es hier längere Zeit trüb, sonst klart es richtig auf. Es wird ein sehr sonniger Freitag im Nordosten mit bis zu acht Sonnenstunden. Die Temperaturen erreichen zwei bis maximal acht Grad. Es wird also wieder ein bisschen frischer und die Temperaturen gehen am Wochenende weiter zurück. Am Samstag nur noch sieben, am Sonntag nur noch höchstens sechs Grad. Und in den Nächten, da gibt es wieder verbreitet Frost. Da kann es auch wieder knackig kalt werden mit bis zu minus sieben Grad an den Alpen. Und das Wetter, das zeigt sich am zweiten Adventswochenende von seiner ruhigen Seite. Es bleibt trocken, aber teilweise haben wir es mit sehr hartnäckigem Nebel zu tun, besonders im Süden und dem Westen. Ja, und auch in der neuen Woche geht es mit recht ruhigem Wetter weiter, wie auch der Trend von Berlin zeigt, die Temperaturen, die gehen zwar ordentlich zurück, es gibt da nur noch kaum über null Grad, aber es bleibt lange Zeit trocken.